Miau, willkommen zurück. Nie haben wir eine schöne Einstiegssequenz. Was soll das? Ja, ne? Was soll das? Was soll das? Das macht mich traurig. So, hallo. Hallo. Komm, diese Frau. Na, was machst du denn da schon wieder kaputt? Basen. Also, ich habe hier noch eine Granate, Handgranate bekommen. Ah, okay. Inventar ist eh voll. Absolut geil. Warte mal, guck mal, das Heilspray hatte... oder hast du mich mit deiner Granate einfach voll erwischt? Mit meinem Rocket Launcher. Dafür hätte er dir aber wenig abgezogen. Dafür, dass er den Endboss getötet hat? Dann hat mich der Endboss doch ein bisschen erwischt. Und jeder riecht sich jetzt auf. Riecht, knallt die Fledermäuse ab. Ja, tu ich. Aber ich vertraue denen nicht. Arme Fledies. Ich weiß, sie sind Batmans Helfer und Freund, aber nicht unsere. So, und jetzt kommen wir hier zu den Illuminaten, oder wie ist das? Das war jetzt nur Glück, dass ich überhaupt die eine von der Moskette... Hopp. Hm. Da kriegen wir direkt ein Empfangskomitee. Das ist ja wohl. Oh. Stehen wir da schon im Bewegung vor? Hm, nein. Ich weiß nicht, wo es ist, deswegen bin ich gerade verwirrt. Okay, er hat gerade auch einen Gegner damit gekillt. Ja, ich... Ja, doch. Huch. Na, das ist ja nicht so toll. Erstmal, wo auf der... Es sind ja zwei Seiten, ne? Ja. Was meinst du, macht mehr Sinn? Dass der eine die eine Seite nimmt und der andere die andere Seite nimmt, oder...? Im Moment ballert ja nur eine Seite. Ja? Nee, die Seite ballert auch. Ah, jetzt okay. Aber die in der Mitte nicht. Aber in der Mitte gehst du natürlich auch nicht durch. Äh... Geh da durch. Hier gibt es drei Aussparungen. Okay. Ähm... Hier ist ein ganzer Weg mit... Geh... Ups, tschuldigung. Wisst ihr was? Ich mag euch da hinten nicht. Tschüss. Jetzt hat er mir die Map wieder ausgemacht, so. Aber das klingt böse, was passiert. Bei mir? Ich knalle vom weiten Gegner ab. Ne, Musik hat gestartet hier bei mir. Ich geh mal den rechten Gang lang. Ja... Kontrollpunkt erreicht. Komm doch, komm doch. Oh! Scheiße! Ich kann dir gar nicht helfen. Ja, ja. Die spinnen sind nicht meine, glaub mal. Die spinnen? Ich hab die fliegenden Dinge an. Ach so, ausklang nach spinnen. Ach, ich hab die voll ins Knie geschossen, Junge. Und... So... Maschinengewehr ist... Ich hab voll... Ja, das ist Holz. Da, da, die, da, da. Oh, guck mal hinten. Noch mit Zeug, das ich nicht nehmen kann, wenn nicht alles voll ist. Ach doch. Ja, ich konnte leider Maschinengewehr... Ähm... Ich hab hier komische Gegner. Cheva? Cheva? Reiß dich mal im Regen. Ähm... Meereblem. Nice. Ist das bei dir? Das... Oh, 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 oh. Ich hab hier einfach normale Gegner. Au! Scheiße! Äh, nein, das ist bei mir. Oh, die sind sauer. Äh, wo geht ihr hin? Du kommst zu mir. Ähm, wer ist es? Such dir einen anderen Trottel, den du... Oh Gott, ich, Papa... Ich hab ein paar Ureinwohner bei mir. Ja, ich hab hier ganz viele. Ich komme... Ja, schon... Ich komm an dem hier nicht vorbei, dass man... Stirbst du auch mal? Jetzt. Bist... Bist du tot. Ja, du bist tot. Ich komme! Oh! Aua! Ach, das war ein Boss, den ich hier gekillt hab. Na? Ein Minibus. Ich muss mich... Ähm... Ich komme... Ich... Jetzt komm ich. Wo bist du? Hinten... Hinten... Beim nächsten Emblem... Moment. Ich würde jetzt so gern zu dir kommen. Hier ist noch Pistolen-Moon, die ich aber nicht aufnehmen kann. Wo sind denn dann... Oh, 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 oh... Äh... Mach's aus! Aua! Sag mal, wo zielt ihr hin? Oh, ihr lebt. Jetzt zielt ihr auf mich. Ich hab auch verstanden. Ach, du hast deine Passage gemacht, ich meine Passage. Ja, ja. Dann müssen wir uns gleich alles haargenau berichten, damit die Zuschauer auch wissen, was passiert ist. So, jetzt geh ich mal hier den Wehchen rein und guck. So, ich muss mich leider mal eben heilen. Tu du. Aua! Entschuldigung, ich hab einen Schreck gekriegt. Da ist ja noch eins. Du musst dich auch gleich mal heilen. Ja, ich weiß. Ich hab aber nicht gesehen... Was müsst ihr da rein? Leben am Limit und so, Katze. Also, wir haben jetzt zwei Embleme, die Frage ist, wo ist das dritte? Ich muss dich heilen. Leben am Limit funktioniert nicht. Ja, mach doch schon. Ich hab Angst. Ich glaub, ich bin auf dem Weg zum dritten. Ich lauf mal grad von hier wieder zurück. Warte mal, au! Ein Heilkraut! Ich kann kombini... Och, ich kann endlich kombinieren. So, ich hab wieder Heilung. Sehr gut. Aber wo muss ich hin? Oh, nein, nein, nein. Da kommt von beiden Seiten... Und, das ist entgegen. Kann ich nicht... Ich hab meinen Kontrollpunkt, weil ich das eine Emblem eingesetzt habe. Ach, ja. Das war schlau. Ich muss... Da muss ich... Ne, ich trau mich nicht wieder zurück. Es tut mir leid. Ja, in die Mitte müssen wir am Ende alle wieder... Du meinst, wenn wir jetzt beide einsetzen, das ist dann eventuell... Hm? Äh, wir müssen ja am Ende zu dem Tor da in der Mitte. Und die einsetzen. Du musst das einsetzen, was du gekriegt hast, glaub ich. Ja, ich weiß. Ich bin nur mal in den Schatten gerannt. Ich... Ich... Will wissen, was mir das jetzt gebracht hat. Moment. Ich muss mal eben was nachgucken, ja? Was bringt mir das hier? Gar nicht! Das hat mir nicht gebracht! Wasser, Trauer und Schmuck! Oh, ich bin da wo du... Ja, Moment. Ich hab... Ich hab's jetzt erkannt, ja. Ich komme. Oh, nicht alleine so sehr. Ach, ich kann den Strahl einfach hinterher rennen. Nicht schlecht. Oder kann ich das andere auch... Ah, ich kann das andere auch einsetzen. Okay. Das sagst du mir jetzt, wo ich mich in den Tod begeben habe. Ja, das weiß ich doch nicht vorher. Du kennst das Spiel doch schon. Ups. Na, das kommt bestimmt zurück. Na? Das kommt zurück. Schaff ich's... Bitte lass es uns schaffen. So. Also, irgendwas muss ich ja hier machen können. Au! Fuck. Wurde's auch erwischt. Ja, aber warum? Es war noch gar nicht da. Ich weiß halt nicht wohin. Ja, das weiß ich leider gerade auch nicht. Ich gehe mal auf die andere Seite und gucke... Ah. Ich brauche hier Sprunghilfe, Katzi. Okay. So. Ja, ja, warte. Ich muss selber erstmal gucken. Safety first, ja? Ja, I try. Ich muss erstmal gucken, wie ich zu dir komme. Entschuldigung. Ich breche das mal ab. Und warte, bis du da bist. Moment. Oh, guck mal, ich kann hier so lange noch was einsammeln. Boom. Ich habe Maschinengewehr für dich. Nice. Okay, Moment. So, wie komme ich jetzt zu dir? Du bist da hinten auf der anderen Seite. Ja, du musst warten, bis die einmal durchgekreuzt sind und dann rennen. Jetzt. Ganz nach vorne? Zu mir hier. Zu mir hier? Ja, okay. Achso, wo bist du denn? Da hinten noch. Ah. Versteck dich in den Gängen, ne? Ja, ja. Das ist mir klar. Müssen wir erstmal... Ja, okay. Verstanden. Ich finde das sehr unschön, dass wir so viel alleine machen. Ja. Zusammen sind wir stärker. Ja. Ja. Dann habe ich da hinten etwa etwas übersehen. Könnte ich mir fast nie verzeihen. Okay, ich sehe dich. Warte. Aber ja, ich glaube, ich habe da hinten was übersehen. Dann kommen die Strahlen. Ah, jetzt. Hallo. Wuhh. 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 Wuhh, das war gruselig. So. So. Ja, also ich hatte ganz viele Ureinwohner, die töten wollten. Und du? Ich auch. Oh, das klingt nach noch mehr. Oh. Oh. Ihr dürft euch einfach alle sterben. Ich geh mal langsamer. Ich glaube, die sind jetzt alle auf mich fixiert gerade. Ja, ich schieße schon die Oma auf der Treppe mit ab. Oh. Komm. Ich gucke mich mal kurz um. Nicht, dass hinter mir welche kommen und ich merke es nicht. Die würden eh von dem Strahl... Ah ja, stimmt. Gestrahlt werden. Vom Strahl gestrahlt. Ja, ich weiß das für mich. Ich finde das sehr korrekt. Oh nein. Egal. Nein, der kommt doch zu mir. Echt? Oh, warte, warte, warte. Ich kann mit dem Drago noch ein bisschen nachhören. Took an arrow to the knee. Warum hält der so viel aus? Der hält wahnsinnig viel aus. Toll. Lock ihn in den Strahl. Ja, da muss ich ja selber in den Strahl rennen. Sag mal, hat der irgendwie... Ich schieße so oft durch den durch. Okay, er ist tot. So. Kraut. Ich habe aber Heilung für uns. Ganz viel. Viel zu viel. Es gibt niemals zu viel Heilung. Hast du eine Ahnung. Also die Blendgranaten nützen auf jeden Fall einen Scheiß gegen die. Oder hättest du die Explosiven nehmen? Ja, die sind leer. Achso. Ups, sorry. Welchen Weg ist der denn gegangen? Genau den. Warum sind die auf... Oh, du hast geschossen. Du hast die getriggert. Was habe ich? Du hast die bestimmt getriggert. Weil du geschossen hast und ich fast nicht geschossen hab. Ja, gut, der eine. Hm... Nee, es sind mehr zu dir gehören. Warte mal. Ich möchte mal... Geh du mal zurück und... Ich möchte eben was wissen. Ich habe, glaube ich, da hinten nämlich was übersehen. Und das lässt mir keine Ruhe. Ich setze dann gleich das Emblem an. Lass mir einfach keine Ruhe durch. Oh nein, ich hab nur deinen Weg über... Ja, ist okay. Passt schon. So, ich setz... Ich setz das ein, ja? Ja, ich... Ich bin eh auf dem Weg zu dir. Ups. Ich müsste sogar fast bei dir sein. Theoretisch. Praktisch. Nein! Das war an a dead end. Aber jetzt läufst du in den falschen Weg. Da kommst du nicht zu mir. Nee. Muss zurück. Genau da war ja mein Emblem, wo du jetzt hinläufst. Nein! Da war ich ja schon. Aber so kommst du nicht zu mir, was du da gerade machst. Da oben waren die Embleme. Du hast zwei Wege zu deinem Emblem. Wie... wie gemein ist das denn? Nein, da waren... Du machst da immer einen Konkurrenzkampf draus. Nein. Wir spielen hier zusammen, weißt du. Ich hab grad noch geweint, dass ich dich nicht bei mir hatte, ja? Zuckerbrot und Peitsch hier. Nein, ich hatte tatsächlich auf meiner Seite nur einen mit. Ja. Und nur... oder ich hab den einfach nicht gefunden, das kann natürlich auch. Darf ich einsetzen? Ja, grad schon. Ach, Schäfer... Weißt du, wo sie an den Kanten hängen geblieben ist, bleibt sie jetzt auch an Treppen hängen. Das ist... und... Treppen sind schwierig. So, warte... Zack. So eine hübsche Tür. Ich nehm lieber den... Ah... Sie... so... Du hast schon recht, so ruft sie ihn zu allen Mahlzeiten. Ja. Und auch ins Bett wahrscheinlich. Ja. Wow, danke für diese schöne kurze Sequenz. Oh, Spinnen, find ich blöd. Äh... Willst du das Ei haben? Wobei... nee, lass mal liegen, das ist grün. Das erscheint mir nicht... Ist das abgelaufen? Obgelaufen... Bestimmt giftig. Ja, das... äh... Ich mein, wenn's aus ner Schlange kommt... Kann man die Spinnen messern? Oder springen die? Weiß ich nicht, ist mir doch egal. Also ich würde bei mir zuhause Spinnen auch mit Raketenwerfer töten. Come on! Oh oh. Was ist denn hier los? Ist das jetzt die Bibliothek? Ich weiß doch wieder, was das ist, weil die KI sich da selbst getötet hat bei mir. Bitte nicht in die Strahlen rein, ja? Ja, ich dachte mir das... So ganz... ganz grob. Ähm... Einer von uns sollte das Rätsel machen und der andere sollte einfach nur am Rand stehen und nichts tun, okay? Wohin müssen wir denn die Strahlen kriegen? Ähm... warte mal. Und da zu dem Spiegel da hinten... Oh! Na toll. Äh... entweder... Warte mal... Was ist mit dem Spiegel da hinten vielleicht... zu dem? Eventuell? Also es muss ja auf jeden Fall hinten links ins Eck. In jedem Fall... warte mal, ich geh mal aus dem Weg, sonst... wer weiß was passiert. Das heißt, ich muss hier den Strahl erstmal abwenden von dem links, sonst kann ich den links nicht drehen. Ich hab Angst, dass ich dich auch an der Wand treffe. Ich weiß es nicht, aber ich bleib einfach mal an der Tür stehen und wenn ich dann doch sterbe, dann wissen wir Bescheid. Ich benutze jetzt einfach erstmal das hier, um zu gucken. Ja, mach das. Toll. Ja, toll. Ach so wolltest du die Scheidung also klären. Es war... war ein Arbeitsunfall, da kann ich gar nichts für. Warum sind wir wieder hier? Entschuldigung... Warum sind wir hier? Ich hab keine Ahnung, es war trotzdem gut. Vielleicht läufst du doch... laufen wir doch lieber immer beide auf die Rückseite der... Ja, doch. Meine Vivian noch theatrale Schever dabei schreit. Schever! Nur um zu verdecken, dass er eigentlich nur die Anwaltskosten für die Scheidung geraten möchte. Vielleicht kann ich einfach an der Spinne vorbeilaufen. So, tschüss. Tschüss. Wehe, du springst mich an. Bäh. Äh, was machst du denn Katze? Ich wollte die Schlange erschießen. Für das Ei, das wir dann nicht essen, weil's grün ist? Ich wollte gucken, ob's diesmal Gold ist. Mhm. Du weißt nicht. Nicht alles, was... Nicht alles, was... Sie dreht sich eben im Kreis, also... Die hat diesmal gar kein Ei dabei gehabt. Die hat sich wohl auch gedacht, ich sterbe nicht wieder umsonst. Ich behalte meine Eier, so nämlich. Wenn du mich tötest, kriegst du auch kein Ei. So, dann gehen wir mal gemeinsam. Okay. Ja, ich glaub so in etwa ist meine KI dann auch gestorben. Ich kann's mir bildlich vorstellen. Warte mal! Ah, Hilfe! Jetzt brutzelt's hier. Okay. Jetzt können wir hier durch. Warte mal, was ist denn hier oben? Ich geh mal hier hoch, bevor du irgendwie... Ich hab schon wieder unten diesen Kreis. Ist das normal? Ich glaube nicht. Ich... Auf jeden Fall müssen wir am Ende das hier so drehen, dass es... Nein, falsch rum. Du meinst, dass es das hier drückt, dass man nicht drehen kann? Nein, das, was ja unser Ziel ist. Das da links. Jaja, das kann man auch nicht drehen. Jaja. Das heißt, wir müssen... konkret... ne? Warte mal, ich bleib mal bei dir. Wenn... wenn... die... Von wo können wir das denn treffen? Auch nur von da hinten. Wenn ich den jetzt wieder zurückdrehe, müsste das dann nicht gehen. Aua! Danke. Wir hatten doch gesagt, wir drehen nur zu zweit da dran. Ich dachte doch, du wärst aus dem Weg gegangen und ich meinte, geh mal kurz weg, ich probier was aus. Aber weggehen kann man hier auch schlecht einschätzen, wohin weggehen ist. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wohin du drehst. Ahem. Das war die Revanche für den Arbeitsunfall. Weil ich hatte das Gefühl, dass wer... könnte jetzt schon... Nee, ist okay. ...ne ganz gute Ausgangslage sein. Ja, das auch. Und diesmal dreht nur einer von... Boah, die... Spinne. Spar dir doch die Moon für das kleine Krabbelvieh. Ist mir doch egal, Spinnen... Ich mach Spinnen bei mir zu Hause immer so tot. Okay, eigentlich ist es ein Staubsauger, das muss ja keiner wissen. Ein Staubsauger ist auch nur eine bessere Shotgun. Ja, genau. Ich bleib jetzt einfach immer hinter dir und du mal. Okay, pass auf, ich versuch... Dann passieren auch keine Arbeitsunfälle mehr. Ich versuch das nochmal so wie eben. Ja, das zielt doch dann dahin. Wahrscheinlich... Ne, es kann ja nicht so einfach sein. Egal, ich will's rausfinden. So. Denk schon, es ist kein Tomb Raider. Ja. Vielleicht ist es so einfach. Falschrum, sorry. Ne, doch richtig. Ist erstmal egal. Ich will erstmal nur den einen da weg haben. So. Warte, warte, warte. Ja, ich dreh jetzt erstmal den, an den eh kein Strahl gerade ist. Na. So. So, hätt ich's gerne. Und jetzt Obacht... Ja, das war mein Fehler. Da dachte ich, du wärst safe und dann warst du's doch nicht. Das war eigentlich schlepper, ne? Ja. Voll das Rätseln. Und jetzt? Du hast zu viel, ähm, Lara Croft. Ganz freutig. Aber ich weiß noch nicht, was wir jetzt davon haben. Werden wir sehen. Ich geh außen rum und guck mal nach. Ich meine... also... hm. Ah, okay. Geil. Oh, wie lame. Für die Gehirnzellen, die BSEA-Mitarbeiter reicht's. Ach, guck mal her, geht's weiter? Okay, das war also nur zum Aufwärmen. Ja. Und jetzt müssen wir... Und jetzt müssen wir... Hier hin. Zu dem da. Ich glaub, diesmal wird's ein bisschen, ähm... schwieriger. Ach, da oben glänzt. Einen Moment. Da, wo's blinkt, möchte ich hin, weil... Das sieht mir nach Goodies aus. Und dann kann... Wenn ich wieder hinter dir bin, können wir gemeinsam drehen. Ich weiß gerade noch gar nicht, wo wir was drehen sollen. Hier. Hä? Ah, okay. Ich muss gleich den Pfeiler erstmal umstoßen. Ach, schlepper. Oh, hoffentlich verbrutzeln wir nicht gleich, weil ich grad nicht einschätzen kann, wo dann die Strahlen hinwandern. Was? Bitte nicht, bitte nicht, warte. Ja, ja. Warte. Ja, ich warte. Ich überlege gerade. Der hier muss noch gedreht werden. Weil wenn der nicht gedreht ist, in Richtung zu... Wo ist denn der Spiegel? Da hinten. Genau. Ach. Ja, ich drehe auch im ersten die falsche Richtung. Ja. Ja. Okay, warte, dann mach ich... Upsa. Ne, das ist zu weit. Ich mach erstmal den Pfosten hier kaputt, hier passiert ja eh noch nix gerade. Warte mal. Wenn der sich nicht drehen lässt, muss der ja... Der hier muss dann gedreht werden, weil anders geht's ja gar nicht. Genau. Ne. Hä? Warte mal. Der hier... Wenn das losgeht, geht er auf diesen Spiegel, ne? Mhm. Gut. Das heißt, danach muss er auf diesen Spiegel... Ich folge... Reicht das schon? Ne. Jetzt hab ich mich selbst verwirrt. Ich folge der Spur des Spiegels. Er geht dann nach hier. Und wenn der... Der hat keinen Sinn. Dieser Spiegel hier hat keinen Sinn. Muss ja auch nicht, die anderen haben wir glaube ich auch nicht alle gebraucht. Nein, nein, ich meine... Weißt du was, wir müssen wohl vielleicht doch die ähm... Oh, ich kann ganz im Kreis, na toll. Mach mal an, ich bin hier hinter ja safe. Okay. Oh. Ja, wunderbar. Cool. Ja. Ja, ja, ich muss nur wissen, wie ich zu dir komme. Du bist immer so gemein zu mir. Jetzt wisst ihr, warum ich die Scheidung einreihe. Ich meine, gibt's immer einen Kontrollpunkt, ey. Erstmal die Kiste. Ach ne, da kommen wir gar nicht dran. Warum? Doch, natürlich. Ja, dann... Ja, dann... Ist der in der Mitte ein Gang? Ja. Das wird zu... Die ist leer, was soll das? Oh oh. Oh oh! Die Kiste war ne Falle. Aber hinter... Ich bin voll zu... Ganz im Spiel. Okay, falls wir gleich sterben, merken wir uns, wir gehen nicht an die Kiste. Au! Ich versuch's, ich komm nicht raus! Was? Okay. Aus irgendeinem Grund lässt die Spinne mich freiwillig los. Sie hat's nicht so gemeint. Oh, Magno-Munition. Aber guck mal, da gibt's jetzt Goodies. Ja, immerhin. Kannst du das ein... Sag mal, lässt du die am Leben? Mhm. Ich hab grad keine Mohnen mehr deswegen, also... Ach, guck mal, ich kann dir noch was geben. Komm mal her. Warte, ich geb dir dann auch die Schroth-Mohnen. So. Geil. Dankeschön. Jetzt kann ich die Gewehr-Munition nehmen. So. Ja, ich hab gleich auch nicht mehr so viel. Ich geh mal nach hinten gucken. Oh Gott, es tut mir leid. So. Weißt du was? Genau so und nicht anders. Aber irgendwas muss doch hier drin sein, wenn die unbedingt Pinnen hierher schicken. Eine Falle? Kein schöner Tod. Nichts? Ach, ich find's, sieht ganz angenehm aus. Weniger als nichts? Das ist echt... Okay, sollen wir, bevor wir dieses Rätsel lösen, einmal den Part beenden? Mhm. Ja. Auch dahin ist ein Spiegel für uns. Ah, ja. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hin. Können wir machen. Und dann geht's nächstes Wochenende frisch hier weiter. Vielen Dank, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Sonntagabend. Startet gut in die neue Woche und schaltet nächstes Wochenende wieder ein. Macht's gut. Genau. Tschüss, tschüss. Bye, bye. Bye. Bye.